Na da zusammen, hier ist wieder Otschela und schon wieder für euch in Battle for S.Judnawix und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mountguide präsentieren. Heute geht es um einen Mount, was wir uns in 8.3 erspielen können und zwar hier diesen mehr oder minder schönen Geier, der schimpft sich Himmelschrecken der Wüstenwanderer und wo wir den herbekommen, will ich euch jetzt mal zeigen. Wir müssen nämlich dafür eine Fraktion auf ehrfürchtig basteln und ja, wer hätte es gedacht, es ist hier dieses Abkommen von Uldum und hier haben wir auch die Händlerin, die verkauft uns diesen Geier hier für, wenn wir ehrfürchtig sind, 19.200 Gold und das braucht ihr auch, also ihr müsst quasi ehrfürchtig bei der Fraktion werden. Wo sind wir genau, falls ihr euch das fragt? Also wir sind einmal hier unten in Uldum und dann dementsprechend hier in Ramkahen. Das ist quasi das Lager und das ist auf den Koordinaten 55, 32. So, jetzt wäre eigentlich das Video schon zu Ende, ich will euch aber jetzt noch kurz ein bisschen mitgeben, wie ihr am besten vorgeht, um den Ruf zu farmen und welche Quellen es alles gibt, um quasi diesen Ruf zu bekommen. Die erste und beste Quelle, die ihr auf jeden Fall immer mitnehmen solltet, sind die Invasionen. Es ist so, dass es hier in Uldum, wenn dann eine große schwarze Imperiums-Invasion gibt, die bringt euch quasi 1.500 Ruf oder es gibt zwei kleine Invasionen, also einmal von den Amantäten und einmal von diesen selektiven Viechern und die bringen euch jeweils 500. Also heißt, ihr könnt, wenn dann in der Woche 1.500 über eine Invasion machen oder zweimal 500, also dann insgesamt 1.000, je nachdem, welche ist, ob die große Invasion ist, wie jetzt hier von dem schwarzen Imperium oder ob die zwei kleine in der Woche sind. Dann könnt ihr noch Ruf dadurch erwirtschaften, dass ihr die, ja, die Daily Quest hier macht und zwar bekommt ihr drei beziehungsweise vier Daily Quests, die, ja, 125 Ruf bringen, das hat bisher ja ein bisschen aufgestockt, heißt, ihr könnt dann, wenn ihr die vier habt, 500 extra Ruf nochmal jeden Tag machen, wenn ihr dementsprechend die ganzen Dailies mitnehmt. Die dauern eigentlich nicht sonderlich lang. Dann ist es mal so, dass es hier Bonus-Ziele gibt, die ihr aber nicht auf der Map angezeigt kriegt, sondern, ja, am besten euch da ein Add-on holt. Da würde sich zum Beispiel anbieten, wenn ihr euch Handynotes holt, beziehungsweise auf der WoW-Head-Seite findet ihr die auch und wenn ihr euch jetzt kein Add-on dafür holen wollt, fliegt einfach in dem Gebiet rum, dann seht ihr die auch auf der Map und könnt die einfach abschließen. Es sind immer sechs Stück insgesamt im Gebiet und das jeden Tag. Die könnt ihr einmal abschließen, danach könnt ihr zwar die Mobs, wenn ihr dafür Mobs töten müsst, auch immer wieder töten, aber es bringt nur einmal quasi die Belohnung, also den Ruf und das sind zwischen 50 und 75 Ruf, die ihr dadurch generiert. Also sprich, ganz wichtig, wenn die Inversionen sind, die Inversionen zu machen. Der Switch ist übrigens immer um 8 Uhr auf den Samstag für die Kleinen und die großen Inversionen, die switchen quasi mit Server-Reset, also sprich immer Mittwoch in der Früh switchen die einmal und dann dementsprechend die Kleinen halt zwischendrin, weil die nur eine halbe Woche gehen, am Samstagabend um 8 Uhr. Genau, also Inversionen machen, Dailies machen und die sechs Bonus-Ziele, dann habt ihr eigentlich alles soweit mitgenommen. Dann gibt es immer noch eine Pet-Battle-Quest, die könnt ihr auch einmal am Tag machen, die bringt glaube ich auch 75 Ruf und was wir dann noch haben, sind die normalen Quests, die ihr natürlich hier auch noch habt. Heißt, ja, es gibt normale Story-Quests, die ihr abschließen könnt. Am Ende der Story haben wir ja auch die Geschichte, dass wir in den Raid rein müssen und dementsprechend Entzott umhauen müssen und das bringt uns auch nochmal 1000 Ruf, also wenn ihr das noch nicht gemacht habt, könnt ihr auch nochmal ein bisschen extra Ruf generieren. Für die Leute, die jetzt keinen Bock haben auf diese Bonus-Events und oder auf die Dailies, ihr könnt es natürlich auch auf einem langen Weg einfach nur immer einmal pro Woche oder zweimal, wenn es die kleinen Inversionen sind, die abschließen. Das ist die wenigste, aber bringt im Verhältnis am meisten Ruf, wenn man jetzt sagt, okay, ich brauche das Monus nicht sofort und ich will das auf die chillige Art quasi angehen. Für die Leute, die nicht die chillige Art wollen und zwar richtig Hardcore-Farben wollen, die können sich natürlich jetzt hier noch einen Vertrag holen. Abkommen von Uldum schimpft sich der, also Vertrag, Abkommen von Uldum, da gibt es ja verschiedene Verträge und da bekommt ihr für jede World-Quest, die abschließt nochmal 10 extra Ruf, also könnt ihr da richtig, richtig reinfarmen. Aber das ist ja nicht sonderlich viel Ruf, 10. Wenn ihr überlegt, bis ihr da mal ein paar tausend Ruf zusammengefarmen habt, müsst ihr natürlich viele World-Quests machen. Genau, ich habe mir den jetzt am Ende noch geholt, weil mir noch, glaube ich, 20 Rufpunkte gefehlt haben. Die sind mittlerweile auch nicht mehr sonderlich teuer. Und ja, wenn ihr einen Inschriftenkundler-Char habt, könnt ihr, sobald ihr respektvoll seid, hier auch den Plan kaufen und werdet dann dementsprechend diese Teile herstellen können und vielleicht könnt ihr ja das ein oder andere Gold-Gewinn damit erwirtschaften. Ja, das war es soweit mit dem kleinen Mountguard. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne noch abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.